Servus Kameraden, willkommen zurück zu W.O.T. Ich bin Keule und im Zuge unserer nächsten kleinen Serie, nämlich oben an der Spitze, soll es um den K91 gehen aus dem russischen Forschungsbaum. Einer von vielen, vielen, vielen Mediums auf Stufe 10 und werden uns mal wieder mit dem 8er, mit dem 9er, mit dem 10er und nachher mit einem von den Trainingsfahrzeugen beschäftigen, die man sich da, ja, zulegen kann. Und wollen mal schauen, ob sich die Panzer in erster Linie lohnen und ob die in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen im Bollwerk oder sonst irgendwo. Und wir fangen natürlich wie immer auf Stufe 8 an. Das ist das Objekt 416, jener Freund hier. Anhand des Objekts 416 wird auch gleich klar, in welche Richtung es bei diesen Panzern geht. Das sind sogenannte Hecktürme, sind eh schon relativ selten, vor allem bei den Mediums gibt es die ja eher selten, aber sie sind halt wie gesagt da, haben nicht die typischen Vorteile, die ein Heckturm hat, nämlich dass man den wunderbar zum Anwinkel nehmen kann, zum Sidescrappen, sondern das ist ein Panzer, der grundsätzlich aus der zweiten Reihe gespielt wird und ganz vorne nichts verloren hat, weil er eben eher dünn ist. Er ist am Turm, an der Wanne, eigentlich überall komplett dünn, man kommt recht einfach durch. Auch 6er und 7er Panzer haben es nicht so schwer, den Panzer zu schlagen, aber er hat eben trotzdem seine Daseinsberechtigung und er hat auch seine, äh, seinen extremen Vorteil und auf den wollen wir als Erlass das eingehen, interessiert sowieso den meisten. Das ist bei dem Panzer die Kanone. Wir haben drauf eine Stufe 9 Kanone, 100 mm Wumme mit 201 mm Durchschlag, was nicht besonders ist, aber auf Prämiemunition haben wir 330 Durchschlag. Das ist bei allen Mediums auf Stufe 8, egal ob auf dem Forschungsbaum oder aus dem Standard, der höchste Durchschlag, den man erreichen kann, 330 mm. Damit kommt ihr absolut durch jeden Panzer durch auf Stufe 8. Ihr könnt fast jeden 9er knacken und die meisten 10er. Es ist ziemlich lustig, damit eine Maus zu bearbeiten. Wenn ihr die gewisse, ja, Entfernung einhalten könnt, kommt ihr trotzdem bei der Maus durch den Turm. Es ist unheimlich lustig, mit dieser Kanone zu arbeiten. Wir haben eine recht gute DBM von 2503 als Standard und eine Streuung von 0,35, was für eine russische Kanone ganz okay ist. Wir haben im Grunde keine Gun Depression, also die Kanone geht recht wenig nach unten. Liegt ganz einfach daran, dass wir vor dem Turm noch den Motor haben und da die Kanone nicht besonders weit runter bekommen. Also dieser Panzer ist russischer, wie es russischer nicht sein gehen kann, wie es russischer nicht geht. Kanone mit 3-Grad-Handepression, mit 15-Grad-Gun-Elevation eher knapp bemessen. Turmdrehwinkel 75 nach links und 75 nach rechts, das heißt, wir können den Turm nicht komplett einmal drum herum drehen. Das kommt noch oben drauf, das heißt, wir haben da ein bisschen eingeschränkte Möglichkeiten beim Einsetzen. Wie gesagt, Panzer gehört nach hinten, nicht nach vorne. Wir haben 1.200 Strukturpunkte, das ist nicht besonders viel. Bei allen Mediums würde ich fast sagen, dass wir da eher am unteren Ende der Nahrungskette rangieren, sogar noch unter einem Borask, der mit 1.250 daherkommt. Wir haben eine Warnpanzerung von 75 frontal, 45 an der Seite. Wie gesagt, da kommt ja fast oder kommt auf jeden Fall jeder durch, der sich da versucht, an euch abzumühen. Wir haben 110 Millimeter Turmpanzerung frontal, ebenfalls recht einfach zu unterschlagen. Ich glaube nicht, dass da viel hängen bleibt. 75 Millimeter an der Seite und 45 Millimeter hinten. Im Punkt der Beweglichkeit. Wir haben ein Leergewicht von 24 Tonnen, voll wiegt da maximal 27. Wir haben 400 PS, das ist nicht besonders viel. 50 kmh vorwärts und 20 kmh rückwärts. Wird eher gespielt wie in TD. Man fährt einmal eine Feuerstellung, kann eventuell noch ein bisschen die Feuerstellung wechseln. Wie gesagt, viel besonders viel erwarten kann man von der Kiste nicht. Tannenwert 24,19 m, wenn er steht. Und wenn er fährt 14,55 m, das ist okay. Und wir haben eine Sichtweite von 380 Metern. Das ist, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, eher unterdurchschnittlich. Wie gesagt, Hekturm muss man mögen. Die ganze Serie zieht sich als Hekturm da durch. Also auch der 9er und natürlich auch der 10er sind beide Hektürme. Und da würde ich auf jeden Fall mich schon mal mit dem Spielstil anfreunden. Es gibt auch ein Medium auf Stufe 8, ein Premiumfahrzeug, ein Trainingsfahrzeug, wo man das schon mal ein bisschen üben kann. Auf den werden wir auf jeden Fall eingehen, wenn es dann später um das Trainingsfahrzeug geht. Das kommt aber erst nach dem 10er. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wie der 416 im Gefecht agiert. Und da sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir schon. Wir fahren mit Tapine S vom Clan Wusa im Objekt 416. Da haben wir ihn. Drauf ist natürlich die 100 mm Kanone, 201 mm Durchschlag. Die Geschossgeschwindigkeit mit 895 m pro Sekunde nicht besonders flott. Auf Heat genau dieselbe Geschwindigkeit. 330 mm Durchschlag wirkt ein bisschen unwirklich, aber ist tatsächlich ernst gemeint. 330 Durchschlag ist schon ein hartes Stück. Ein richtig hartes Stück. Wir sind gelandet auf Siegfried-Linie. Wir fahren in einem 9er-Gefecht mit 8. Unterstützung. Und wir werden uns hier in die Flanke begeben. Denn auf der Flanke fühlt sich der Panzer am wohlsten. Man merkt auf dem ersten Schritt, dass er sich eigentlich recht gut anfühlt. Dass er recht mobil herüberkommt. Aber Top-Geschwindigkeit von 50 km hat trotzdem eher so im Mittelfeld dafür, dass er eigentlich sonst keine richtige Stärke hat. Außer, sagen wir mal, den Durchschlag auf Premium-Munitionen und eigentlich nach recht guten Kanonen im Großen und Ganzen. Ähm, finde ich auf jeden Fall, dass er da vielleicht ein bisschen mobiler sein kann. Aber Endgeschwindigkeit ist natürlich nicht alles. Man macht so einen recht guten Eindruck. Ist halt auch recht leicht. 27 Tonnen. Das ist wirklich nicht die Welt. Das ist deutlich schwerere Mediums. Gerade wenn ich in den deutschen Forschungsbäumen schaue. Über das mal fleißig Vegetation zurecht gebogen. Damit man hier nicht auf die Idee kommt, den Panzer schnellstmöglich aufzumachen. Sondern man will natürlich versuchen, das Fahrzeug so gut wie möglich zu tarnen. Das hat auf jeden Fall verdient. So, 3-Guard-Gandebeschen. Was kann man damit machen? Nichts. Das ist leider traurig, aber es ist nicht so. 303 Schaden am Objekt 430. Wir sind allein auf weiter Flur. Der Rest befindet sich komplett in der Stadt. Der Gegner hat bereits zwei Panzer verloren. Einen TD und einen Light. Und wir ziehen uns hier ein kleines Stückchen zurück. Denn da wird Druck über die Mitte gemacht. Fährt in taktisch auf jeden Fall hervorragend. Wir haben die Möglichkeit immer außerhalb irgendwelcher Sichtweiten. Was nicht so einfach ist. Und hier werden wieder Bäume umgestoßen. Es geht nicht anders. Man muss es irgendwie in die Richtung machen. Da haben wir es aufgemacht. T54 E1. Die fungieren quasi jetzt als Aufklärer. Denn unser Aufklärer hat sich bereits verabschiedet, so wie der Gegner seinen verloren hat. Das Ding ist, der Gegner braucht seinen nicht unbedingt. 339 Schaden. Haben T54 E1, wir sind offen. Jetzt wissen auch alle, dass wir hier sind. Wissen auch alle, wo wir sind. Zum Glück nur eine Artillerie pro Seite. Das macht es ein bisschen einfacher. Denn das ist natürlich aufgrund seiner Beschaffenheit nicht unbedingt der Kandidat, der viel Artillerie aushält. Wir müssen hier den Scout spielen. Es geht nicht anders. Vielleicht ist es nicht unbedingt die ideale Position für uns. Aber einer muss es machen. Wenn der richtige Scout verkackt. Jetzt keine andere Möglichkeit. Gehen wir ihm. Jawoll. T54 E1 schießt drüber. Wir brauchen jetzt Unterstützung. Ganz dringend. Abgeprallt. Na genau. Ja genau. Wo ist denn der bitte hängen geblieben? Das ist ja wohl ein Witz, Alter. Wo hat der sich denn verewigt? Sieht das einer? Vorn an der Wanne. Also ich nehme alles zurück. Die Kiste hält so viel aus. Und zeigt gerade eben, was es für eine gute DPM hat. Wie gesagt, 2500 und so drücktes Standard-DPM. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Wert. Da wartet man eigentlich von den Briten her. Aber scheint ja auch zu funktionieren. So, wir bewegen uns weiterhin aus der zweiten Reihe, so wie sich das gehört. Auch wenn wir gerade eben brutales 390 Schaden abgewehrt haben. Gegner fährt hier gnadenlos in die Mitte. Ich glaube nicht, dass wir den mit unserer DPM auslöschen könnten. Auf jeden Fall in Richtung der Kette gezielt. Da haben wir vorn ein bisschen angeschubst. Und jetzt wird er platt gemacht von allem, was da hinterher kommt. G-Sore haucht sein Leben aus. Und den Kill holen wir uns. Kill Nummer 2. 2286 Schaden verabreicht. Das ist immer noch schlecht. Ja, wir waren noch offen. Type 61 hat uns da eine verpasst. Und auch der T-54-Mod-1 kann uns da nochmal eine mitgeben. Immer noch völlig fassungslos, dass er da hängen geblieben ist mit seinen 390. Das war ein extrem überspitzter Winkel, das muss man hier mit dazu sagen. Aber muss man trotzdem erstmal ablehren. Das ist nicht ganz so einfach. Wir haben knapp 2560 Schaden gemacht. Ist ja wirklich gut gespielt. Fahrzeug ideal bewegt. Die Gegebenheiten des Geländes hervorragend ausgenutzt. Und auch die fehlende Garnepression irgendwie kompensiert. Und auf jeden Fall sehr gut gefahren. Harpine S von Clarmyser. Jawohl. 33 Durchschlag. Frontal durch den Heavy-Turm. Absolut kein Problem. Da kann man einfach nur müde hinterher lächeln, wenn man da einen Schuss rausdrückt. Über 3100 Schaden schon. Wir sind bei 6 zu 7. Und gerade eben dafür zuständig, dass es hier hervorragend läuft. Abgeprallt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Ja, die sind aber am Turm abgeprallt. Alter, der Turm kann eigentlich recht wenig. Man hat es gerade an den Statistiken gesehen. Da ist er kurz getroffen worden. Irgendwo ist noch ein Kratzer. Da oben ist der Kratzer. Tatsächlich. Dieses runde Profil macht es möglich, dass da irgendwas hängen bleibt. Das ist mir sehr ehrlich gesagt noch nie passiert. Ich hatte den schon mal. Ich habe den dann wieder verkauft, weil ich den recht uninteressant fand. Und auch den Weg zum K90K eh uninteressant fand. Aber scheint es sich doch zu lohnen. Ja, der müsste eigentlich nur mit einem Schuss ausgelöscht werden. Steht immer noch 9 zu 6. 9 zu 7. Der Gegner kann ein bisschen aufholen. Aber es wird gleich die Stadt komplett geräumt. Von allem Übel. Wir sind wieder offen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht gleich beschossen werden. Drüben haben wir einen hübschen TD stehen. Laden um auf Standard-Munition. Wie schnell das geht. Schuss geht daneben. Der restliche Gegner befinden sich unten, beziehungsweise oben auf der A-Linie. Vielleicht eventuell noch irgendwo die Artillerie hier in dem Bereich. Das wäre noch interessant zu erfahren. Er fällt auch bergauf mal locker über 40. 45 kmh ist kein Problem. Artillagen will er nicht. Weiß er nicht, woher die kommt. Da ist tatsächlich mehr möglich. Entweder von links oder von rechts. Oh, da bietet sich hier mal an. Ein Skoda T-56. Premium-Fahrzeug aktuell im Shop. Ne, der würde ich auf die Entfernung nicht machen. Das macht die Kanone nicht unbedingt. Ja, geht daneben. Typisch Rose. Das würde ich schon eher probieren. Seitlicher Turm. Abgeprallt an der Wanne rechts. Ich hätte mich gewundert, wenn der getroffen hätte. Ich hätte mich allerdings bei der rosigen Kanone auch nicht gewundert, wenn der getroffen hätte. Von daher sind wir mal nicht so. 3.530 Schaden verabreicht. 1.800 Schaden knapp. Haben wir gescoutet. Und die Art hat wirklich steht fest auf A1. Hat zumindest gerade eben jemand angepingt. Wir haben auf E gewechselt. Wie viel Durchschlag haben wir da? Ich denke mal 50 dürften das sein. Zeig an, zeig an. 50 Durchschlag. 420 Schaden. Das ist so das typische halbe Kaliber. Kriegst du keinen Schuss drauf. Na, das war nix. So genau ist die Kanone nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das Spiel wirklich gnadenlos verarscht. Die russische Kanonen. Die haben... Also... Zicke und Diva. Das passt da wirklich hervorragend drauf. Okay, den kriegt er wirklich nicht. Zwei Kills gemacht. Der Stairschuss angekommen ist gerade eben absolut undenkbar eigentlich. 3.930 Schaden verabreicht. 950 Schaden geblockt. 1.766 Schaden haben wir aufgeklärt. Das ist der Objekt 416. Ich würde sagen, wir gucken uns noch eine zweite Runde an. Wenn ich noch eine finde. Ist ja gerade nicht ganz so einfach. Vorher machen wir noch eine kleine Auswertung. Auswertung. Wie ist das? Eine Levasion-Medaille gibt es dafür. 87.000 nehmen wir ein. Ist halt ein Panzer aus dem Forschungsbaum. Dafür gibt es nicht besonders viel. Eine Firefax, einen Spotter und einen M gibt es auch dafür. Die erste Gunmark gibt es ja auch noch oben drauf. 1.389 Basics B. Auf jeden Fall ein richtig gutes Gefecht. Mobilität hervorragend ausgenutzt. Auch wenn die absolute Top-Geschwindigkeit vielleicht fehlt. Für einen so eher leichten Panzer hat er dann auf jeden Fall recht fein bewegt. Wir haben 45.000 plus gemacht. Auch wenn wir ein bisschen Premium geschossen haben. Ist halt fast jeder Schuss angekommen. 18 Schüsse abgefeuert. 14 getroffen. 13 durchschlagen. Und über 300 Meter haben wir 673 Schaden gemacht. Ebenfalls ein guter Wert. 3 Kilometer auf der Kette in 8 Minuten. Das war ein recht flottes, schnelles, hübsches, kleines Gefecht. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein zweites an, wenn ich noch eins finde. Und dann entscheiden wir mal, ob das sich tatsächlich lohnen würde oder nicht. Bis gleich. So, da sind wir. Zweite Runde. Wir fahren mit Mr. C. Tothelju. Okay. Wir fahren mit Franz. Wollen wir mal Franz nennen. Fährt Premium-Oli. Das heißt, hier ist nur Premium-Mission drauf. 330 Millimeter Durchschlag. Eine recht hübsche Tarnung haben wir ebenfalls drauf gemalt. Sehr bunt. Viel grün. Und der Rest ist auch sehr grün. Also grün. So. Neuergefechten mit 7er und 8er Unterstützung. Und wir sind gelandet auf der Kass Schlauch-Map. Eigentlich nicht unbedingt die ideale Umgebung für unseren kleinen Freund hier. Aber wenn man dann vernünftig aus der zweiten Reihe spielt, das heißt, sich immer um dich zurückzieht und zuschaut, dass die anderen sich die Munition, die Schüsse fressen vom Gegner, dann ist das kein Problem. Wenn man sich mal anguckt, das ist die eher flache Struktur vom Fahrzeug. Sieht echt gut aus. Macht es natürlich einfacher, das Fahrzeug hier nirgendwo zu verstecken. 0 zu 1 steht. So weit geht es bereits raus. Also ein 7er-Panzer gleich am Anfang zu verlieren in dem 9er-Gefecht mit 7er und 8er-Stützung. Das ist nicht ganz so schlimm. Könnte allerdings am Ende eine Rolle spielen. Also hier auch im unwegsamen Gelände, 45 kmh, kein Problem. Das Einzige, was halt wirklich fehlt, ist die Topspeed. Für so ein strukturschwaches Fahrzeug. Ja, eher unüblich, sagen wir es mal so. Rechts ist ein VK30. Sind wir hier eingeschlafen, oder wie sieht es aus? Keine Ahnung. Aha, aha. Könnten wir eigentlich den Schuss drauf anbringen. Okay, er war ganz kurz weg, haben wir gemerkt. Einfach mal blind einen rausharren, oder eher nicht? Das ist jetzt die große Frage. Premium-Uni könnte natürlich bedeuten, dass wir hier auf dem Weg zu irgendeiner Garnbach sind. Oder irgendwas anderes, größeres vorhaben. Das ist zu schwer sagen. Aber das ist immer meine allererste Vermutung. Unter anderem auch, weil die 200 einbührenden Erdurschraken nicht unbedingt ideal sind. Gib ihm. Versucht die Kette, also wenn man mit Heat unterwegs ist und dann Richtung Kette zielt, bleibt auch gern mal der Schuss nur in der Kette hängen. Von daher würde ich das nicht unbedingt als Standard-Vorgehensweise nehmen, sondern mich teilweise auch drauf konzentrieren, dass die Schüsse direkt reingehen. Er versucht fleißig auf die Kette zu schießen. 220 Schaden haben wir schon wieder abgewehrt. Wir sind hier hingegangen. Ich vermute mal auf den Turm. Wo ist der Kratzer? Wo ist der Kratzer? Ist nicht zu sehen. Er hat gedacht, dass da mehr durchgeht. Allein von den Werten her. So was zum Beispiel. Standard-Medition. Vom VK-30. Kein Problem. Und die Lorraine 155 hat auch gleich Gefallen an uns gefunden und möchte uns da herzlich willkommen heißen. In lustigen Munitionsreihen. Zieht sich hier wieder zurück. Fühlt sich nicht sicher. Okay, da hat Arty uns geküsst. Auf der rechten Seite sieht man das Loch. Da haben wir eine IS-3. Ne, haben wir nicht. Phase 1. 332 Schaden. Ne. Ein bisschen unsicherer Schütze streckenweise. Und da holen wir uns den VK-30, unser erster Kill, bei 1186 Schaden. T-Sore in Vorfahrt. Da muss man tatsächlich aufpassen, wie der uns das komplette Magazin drückt, sind wir auf jeden Fall raus. Gilt für einige Autoloader. T-Sore gehört dazu. Da hat sich die russische Kanone ein bisschen in Streich gespielt. Wir haben gerade von hinten überrollt. Also hinten auf der 8er, 9er, 0er Linie ist gerade eben alles durchgebrochen, was irgendwie noch Ketten hatte. Ein Karo, ein Progetto und ein WZ-132A. Das sollte man vielleicht mal in der Wegung ziehen, da sich zurückzuziehen. Da haben wir 305 Schaden angebracht. 1491 Schaden insgesamt. Da nochmal 371 Schaden. VK-30-02D. Und dann werden wir hier, glaube ich, gleich den Rest noch auslöschen. Wohl 80 Schaden. Und dann haben wir hier noch irgendwo eine IS-3 rumdümpeln. Das müsste normalerweise kein Problem sein, die noch hier aufs Kreuz zu legen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir da versuchen, den Rest des Teams, des gegnerischen Teams irgendwie auszuschalten. Da ist ein Skorpion. Allerdings nicht ein Skorpion G. Also kein deutscher Panzer, sondern die russische Variante müsste das, glaube ich, sein. Nein, das ist die US-Variante. Unser Skorpion wird sich ebenfalls gleich verabschieden. Ja, da ist er los. Zwei Heavis noch am Leben und unser einer. Da ging er noch mit beiden Artilleries. Zwei Heavis und ein TD. Zwei Panzer liegen noch hier zurück. Jetzt wäre er eh dabei, recht gut. Treffer. Und angezündet auch noch, richtig. Brutzel, Brutzel, so habe ich das gern. Der hat nicht erkannt, woher der Schuss kam. Karo P88 gibt uns zumindestens unsere Richtung einen Schuss ab. Aber keine Chance für ihn. Er wird sich hier rechtssicher zurückziehen, würde ich sagen. Nein. Komplett einzielen. Das geht nicht anders. 56 Schaden durch den GW TKP. Wir haben 3427 Schaden gemacht. Und jetzt auf unserer Seite ein 777 und ein Emil II, die taktisch recht gut stehen und uns hier auf jeden Fall gut unterstützen können. Wir befinden uns allerdings aktuell in einem eher schlechten Umfeld. Wir sind ziemlich offen. Und wir haben gerade gecappt. Oh je. Oh, 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 oh je. Projeta 66 dürfte komplett nachgeladen haben. Karo P88 dürfte auch nachgeladen haben. Ich glaube, dass wir hier gleich in die Falle reinfahren. Aber wenn wir hier gewinnen wollen, dann müssen wir ein bisschen was leisten. Am Turm kein Problem. Seitlich macht uns keiner was vor. Wir sind Arti-Problem. Denn der kann hier natürlich wunderbar reinhauen. Wir müssen uns verschieben. Wir müssen uns verschieben. Arti tut tatsächlich nichts. Ich verstehe es nicht. Wir sind hier offen, offen präsentiert. Trotzdem holzt die Arti nicht auf uns rein. Wir scheinen hier keine Gefahr darzustellen. Da noch mal 364 Schaden. Alles Highrolls. Und die Arti... Ah! Die Arti hat sich verschoben. Davon steht sie. 4171 Schaden verabreicht. 220 geblockt bisher. Der Rest ist komplett durchgegangen. Hat uns runtergeschossen. Über 1000 HP fehlen. Kann jemand drauf schießen? Noch nicht. Okay. Eine Arti noch übrig. Verfehlt uns. Ansonsten wäre er mit Sicherheit Feierabend gewesen. Stufe 8. Holzer irgendwo steht da rum. Wir sind natürlich ein One-Shot für die Artillerie. Ähnlich wie der E-Mail 2 beim Objekt 777 bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, hier steht ein Panzer. Also bisher eine richtig coole Runde gefahren. Hier und da ein bisschen Glück gehabt, dass die Arti ihn da nicht fokussiert hat. Und 4474 Schaden sprechen sowieso für sich. Schon ein richtig feiner Panzer. Gibt's nichts. Also gerade in puncto Beweglichkeit hätte ich eigentlich weniger erwartet. Ist auf dem Totspeed, ja, ist es auch recht wenig. Wenn ihr immer noch Panzer sucht, die ihr bei Frontlines spielt, das jetzt am, ich glaube, am Montag anfängt, dann habt ihr hier auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Werk 416 macht auf jeden Fall Sinn. Da ist es ja recht egal, ob ihr da mit dem Heck drum fahrt oder nicht. Schnell muss die Kiste sein, damit das Spaß macht. So, das Objekt fährt über die rechte Seite, der E-Mail 2 über die linke, bzw. linke Mitte. Und wir sind in der Mitte durchgefahren. Wollen wir uns jetzt hier einen Tod holen? Oder nicht, das ist die große Frage. Da steht die Arti nicht. Da steht die Artillerie. Nochmal 309 Schaden. Und den finalen Schuss geben wir auch noch an, oder? Natürlich! Kill Nummer 4. 4914 Schaden verabreicht, 220 geblockt, 37 Schaden aufgeklärt. Und ja, im Grunde alles richtig gemacht. Hier in der Glück gehabt, trotzdem alles richtig gemacht. Das gehört manchmal einfach mit dazu, muss man so sagen. So, Auswertung. Defender gibt's. Wir haben 25 von diesen hübschen Anleihen bekommen. Und da eine ganze Menge gedönst. Ein M ist auch noch oben dabei. Auf dem Weg zum Objekt 260 haben wir die mittlere Panzermission Nummer 7 gemacht. 1362 Basics B geholt. Das ist auf jeden Fall gut. 76.000 plus. Bei 3,67 Kilometer in neuneinhalb Minuten. Neu ist ein Schuss abgefeuert. 16 getroffen, 16 erschlagen. Kann man mit Premium-Munitionen nicht viel falsch machen. Wir haben vor allem nicht mit 330 Durchschlag und über 300 Meter mal 440 Schaden gemacht. Das war gerade eben bei der Artillerie der Fall. Der Rest alles in der halbnahen und nahen Distanz. Und ja, das ist er. Der Stufe 8 auf dem Weg zum K90. Das Objekt 416. Auf jeden Fall eine gute Empfehlung von mir. Und spielt dann aus der zweiten Reihe. Ebenfalls eine Empfehlung von mir. Wenn es euch gefallen hat, Leute, was Bescheid draufklicken, like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dann natürlich für immer. Eure Keule. Macht's gut und ciao.